Wer macht die Ansage? Nein! Oh Gott! Nein, 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 nein! Mach das nicht! Weg von dem! Oh, die Dicken bitte immer erschießen. So, willkommen zurück zu How to Survive. Wir haben schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Entschuldigung. So, äh, wir mussten gerade noch mal das scheiß Tutorial nachspielen, weil es ja irgendwie beim letzten Mal Null gespeichert hat. Und der ist nicht gut. Ham. Wieder renter mir die Linse. Nenn, weg! Ach, dennerts. Das war zu viel des Guten. Ah, die Klappe da hinten. So, ähm. Shit, ich hatte aber nicht noch mal hier eine Minimap oder so ein Kram? Ich weiß, dass man eine Map hatte. Wo man hin muss. Dicke. Hier. Ich erschaffe, dass Annika explodiert, nimmt er die kleinen mit. Das ist kein Ding. Ach so, so ein Freund. Tod? Oh, lass uns mal weiter am Strand lang. Hier irgendwo war der noch. Oh, kopf ab. Oh, dicke, 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 dicke. Oh nein, was tust du? Ich hab doch gesagt, vorsicht dicke. Ja. So. 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 Wenn ich auf die Motor fliege, weil ich michasehisch untertitel kann, habe ich mich auf dem Fleion gefl germen Labour gehalten. Ich werde dasselge. Aber ich habe mich darüber berichtet. Jäähn Qué zu uns halten will, genau sie auf demronenten Land. Sie sind so grid. thema just give it to you he might try to come with us best not to tell them we're leaving tell them i don't know tell them something that will make them give it to you it's cool i know but it must be done just go so ist das nicht lieb wie nett wie süß der eine typ der die ganze zeit wartet hier das ding jetzt hör doch auf das blöde viel zu jagen du rennst in die vollkommen falsche richtung ich wollte mich gerade orientieren wo die scheiß kater noch mal war mir so falsch hier ist die karte meine gute so kommen noch mehr als eigentlich bin ich tot einem scheiß viel hinterher jagen will denn ich so als wenn hier tausende von den füchern werden irgendwas um mich zu heilen natürlich nicht ich habe irgendwas um mich zu heilen super irgendetwas aus dass ich mir bandage machen könnte ansatzweise sehr schön ich bin nämlich fast tot und ich kann mich nicht heilen eine scheiß idee nachts hier rumzulaufen solltest dich nicht um den dicken kümmern ich bin tot ja verschießt der letzte pfeil gut gemacht also ich muss schon warten bis das anvisiert hat sonst schießt du dich dumm und dämlich genau lieber zwei direkte headshots und dann ist ruhe noch hänge ich da und guck mir das gras an das ist wunderschön das gras gefällt mir sehr dankeschön wir können gleich warten bis es hell wird wir kommen hier am ziel an ich hab mal ein bad gebrauchen ey ich hab mal ein bad gebrauchen ey ich hab mal ein bad gebrauchen das war ohne scheiß ich lädt mal nach so warte mal warte mal hier gibt es irgendwo was zu trinken ja hier ist der brunnen so so jetzt habe ich sieben volle flaschen wasser sehr schön ich bin müde warte mal nee der nächste rastplatz ist das ich habe vergessen dass wir bei regen nicht unbedingt stehen bleiben sollten warte hier können wir durch oben ist was zum schlafen muss aber ganz nach oben für wie lang und gleichzeitig von meinem teamkollegen abgeschossen ich kann nicht warten dankeschön ja das hätten wir auch auf dem rückweg holen können ja aber das läuft ja nicht weg es regnet wir werden hier vom blitz getroffen und ich würde gerne mal pennen gehen da haben wir leider nicht so wirklich zeit für einen gemütlichen spaziergang im regen das ist nicht so romantisch wie du dingst was ist das super sehr gut wir sind da auch hier können wir gleich schlafen das doch mal bitte kurz erst schlafen gefördere ich hier das passiert nämlich die kacke ja ich kann mich kaum noch bewegen du witz ja schön schön dass du wieder egoistisch ohne ende bist es hat die gesundheit das hat man gar nicht geladen ich habe eine bandage gemacht speicher hier mal hier mal du musst dich hier vorstellen wo ich stehe und speichern ich kann es nicht speichern mit kipps kreis gut gebrauchen alles zurück runter was ist nervig oder dass die fücher nicht gespawnen hier war es jetzt habe ich ha 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 holt die waffe raus weg 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 so runter das ist schlecht ja gut hier lang und da sind wir gleich da außer laufen zu regnen mann hier momentan zeigt ja mir nicht an dass du irgendwas oh Fuckin' with ya. Apart from coming to save me, what's new? You brought me food? What? The engine starter of the boat? Hey, that's my insurance. No deal. Wait, wait. I changed my mind. You can have it. Boats are wrecked anyway. Bring me some food. No roots and shit. I need meat. Fresh meat. Understand? Oh, endlich hat's aufgehört zu regnen. So, wie gut bist du Bogenschießen? Du musst dich im Übrigen mal heilen, ne? Hast du ne Heilpflanze oder so? Wenn du ne Heilpflanze hast, kannst du das mit dem Stück Stoff kombinieren, dann machst du dir einen Verband. Die bringen mehr. Ich hab dir grad was gegeben. Das ist jetzt ein Verband im Inventor. Genau. So. Mir gut bist du im Bogen schießt, du bist nämlich jetzt ein Hirsch verwunden, und dann seiner Blutspur folge und die dann erlegen. Soweit hab ich schon mal gespielt. Das darf ich spoilern. Hier ist ne exotische Frucht. Glück, kein Regen mehr. So, warte, jetzt brauchen wir erstmal nen Hirsch. Wo hält der sich auf? Wird natürlich nie angezeigt. Hi. Ikato machst du mit Back-Off. Ah, der Hirsch war irgendwo hier vorne, wo wir eben waren. Hier. So, wo ist denn der, wo ist denn unser Freund, der Hirsch? Der Hirsch, der Hirsch, der Hirsch. Das ist kein Hirsch. Der Hirsch, der Hirsch, der Hirsch, der Hirsch. Der Hirsch, der Hirsch, der Hirsch, der Hirsch. Die Nächsten Saren sind von ein eingespieltes Team. Vorsicht. Wunderbar. Hirschilein. Hier ist ein Hirsch. Hast du ihn angeschaffen? Achso, was soll der Blutspur folgen? Er hat einen hinterlassen. Was mach ich hier? So, hier. Double kill. Ja, hier. Ich bin so dank. Scheiße, es ist vielleicht schon wieder dunkel. Oh, was ist die Blutspur hin? Hier hin. Ah, hier ist eigentlich dieses Scheißspiel, ey. Es immer heißt, ich muss auf dich warten. Leute, wir wollen doch nur den Hirsch, verpasst euch doch mal. Sollen wir mal ganz kurz das Wettkett reinwerfen. So. Oh, da ist der Hirsch und ein Vetter. Wo ist denn jetzt der Hirsch hin? Kacke. Ich muss für den Blutspur trotzdem weiter folgen. Ist ja nicht der einzige, der hier rumrennt, hoffe ich. Aber wie schnell die spawnen, die denn? Ja, geil, Wichser. Und der Nächste, super. Ich hab ja auch gerade erst mein Medkit genommen, alter. Mann, was ist das denn für eine Kacke hier gerade? Ich hab ja auch gerade noch nur einen Scheiß-Hirsch verfolgen. Geil. Wo ist die Scheiß-Blutspur? Wieder dicke. Das ist ein Maul. Irgendwann, ich kann nicht mehr so schnell. Ah, das muss der Chase Hirsch gewesen sein, der uns gerade entgegengekommen ist. Ich hab's gesehen. Wo bist du hier? Hey. Du hast Liegestütze. Ja, gut. Geh' noch mal zurück. Ich muss eigentlich schon fast warten, bis es Tag wird, ey. Muss ich überhaupt eine Chance haben? Das blöde Scheiß-Vieh zu finden. Kumpel, den meint er her. Hier ist es uns entgegengekommen, ne? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oben, oben, oben. Ich hab' ihn. Hey, es ist ne... Ja, ist okay. War ein Bug. Mit Spielzeugt schon wieder rum. After bei mir. Ich hab' ihn.